Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil aka Wir machen Party. Ja, guck mir mal die Kräuter. Ja, ich bin gerade dabei. So, jetzt kannst du mir geben. Sehr schön. Gewehrmunition. Lade ich da einmal durch und dann habe ich ja eine neue Waffe gefunden. Wo habe ich die denn da? Ach, da waren auch sechs Schuss drin. Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Die liegen hier, das ist ja richtig komisch. Na gut. Ja, genau. Mit den beiden haben wir Party gemacht. Und was war? Ist zu? Ja, du musst irgendwo kurbeln da oben. Ich? Ich kann da auch hoch gehen. Ne, 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 ich guck jetzt. Ja, ich kletter mal da hoch. Gut, dass wir alle gekillt haben, sonst wäre das hier echt ein Akt gewesen, dass noch kurbeln und so ist. Naja. Es geht, aber man muss sehr viel Glück haben. Wo ist denn hier was zu kurbeln? Wahrscheinlich da hinten, ne? Gucken wir mal. Da war ich ja eben schon mal. Zack. Ah ja. Dann kurbeln wir mal. Oh, nein! Ich habe es gewusst. Es tut mir leid. Ich hätte sagen, ein bisschen weiterkuhlen, bis ich drüben bin. Das wusste ich nicht. Scheiße. Äh, wir haben ja Kontrollpunkt danach gehabt, oder? Ja, zum Glück war in dem Moment der Kontrollpunkt da, ja. Ja, ja. Ach, verwalten, okay. Wow, cool. Alles verkaufen hier. Ja, ja. Das gibt ordentlich Asche. Wow. Ja, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, Mann. Ich habe noch in dem Moment, als ich gedrückt habe, habe ich noch gedacht, hm, die ist noch nicht ganz drüben. Vielleicht solltest du... Aber da stand Kontrollpunkt, deswegen dachte ich, das wäre safe. Naja. Passiert. Oh, ich stürze nur in den Abgrund. Ist ja egal. Ist passiert. Hey, komm. Die Jill ist auch in den Abgrund gestürzt. Ja, okay. Wirst du das ja wohl abkönnen. Naja, okay. Ich sag mal besser nix. Das wäre vielleicht so ein Spoiler fürs Spiel. So, äh, was machen wir denn jetzt hier? Ja, den Spoiler muss ich mir auch die ganze Zeit schon verknarfen, insofern. Ja, Geld haben wir jetzt genug. Ja, ich habe auch gerade schon die Pistole fertig. Kann man nicht vielleicht Muni kaufen oder so? Leider nein. Leider nein. Das habe ich auch gedacht. Also, ich könnte die Waffen mal wieder umsortieren. Das wäre vielleicht eine Idee. Bewegen. So, bewegen. Ich habe mir jetzt einfach mal eine... Ich habe mir auch eine Merkmale jetzt einfach mal gekauft. Ich weiß ja nie, ob man sie vielleicht braucht. Ja, ja, ja. Das ist richtig. So, den Slot brauche ich für die Munition, wenn ich welche finde. Mhm. Habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht, dass ich auf jeden Fall Slots für die Munition freilassen muss. Die Handgranaten, ja. Gut, wenn ich eine neue finde. Wenn ich dich nicht wieder runterstürzen lasse. Alles klar. Ah, wunderbar. Oh, herrlich. Gut, dann kurbel ich jetzt. Ja, ich stehe sogar direkt schon hier oben. Gott sei Dank. Das werde ich jetzt ein bisschen nochmal machen müssen. Ja, da hatte ich gerade ein bisschen Angst in dem Moment. So. Jetzt lasse ich nicht los. Alles klar. So, jetzt kannst du. Jetzt kann ich loslassen. Sehr gut. Das Tor geht nicht auf. Es ist von der anderen Seite verriegelt. Boah, bist du schlau. So, offen. Sehr gut. So. Da steht noch ein Bäschen. Ui, Gewehr-Munition, Gold. Gewehr-Munition, ja. Und Kraut? Gewehr-Munition. Tagebuch eines Jugendlichen. Ach, wie schön. Das Kraut lasse ich jetzt auch da stehen, sonst habe ich gleich keinen Platz für die normale Pistolen-Munition. Dokument lesen, ja. Gibt es wieder viel zum Wegdrücken? Ja, genau. Wer das lesen will, Pause drücken. Stunden später. Es ist wirklich viel, ja. Ich mach mal den Maus-Cursor aus dem Text. So. Ach, scheiße. Was denn? Ja, genau, in beiden sind Schlangen drin. Geh doch weg. Oh. So. Äh, ja. Passiert, ne? Passiert, ne? Ja, genau. In beiden sind Schlangen drin. Komm her, du bist Vieh. Ach, wie schön, die haben Eier liegen lassen. Sehr gut. Ei-Weiß. Ja, ja, es gibt ja auch braune Eier. Ja, liegt hier auch, aber es ist so, ja, Ei-Weiß halt. Ja, ja. So, sonst noch was? Ich glaub nicht. Na, ich glaube auch nicht. So. Wie geht es denn jetzt weiter? Noch ein Bäschen. Was haben wir da? Schrot gehen wir mal nicht, ja. Hm. Sieh mal einer an. Da geht's rüber, aber da geht's auch weiter dann. Genau, gehen wir vielleicht noch mal eher hier oben gucken. Ach so. Oh, schön. Wieder was Schönes zum Verkaufen? Ja. Und hepp. Und noch mal Vasen. Was haben wir da? Pistolen-Munition. Bleiben wir erstmal bei der Magnum. Ach so. Das war's dann mit dem Kapitel. Echt? Mhm. Ach Tatsache. Errungenschaft. Wenden sie das Kapitel 3-1. Guck. Ja. Bis da war ich noch nicht. Okay. Jetzt könnt ihr Chris Redfield im Archiv ansehen. Wahrscheinlich auch von Trevor, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay. Nicht. Ja, vielleicht dann nach dem nächsten Kapitel. Das kann sein. Ja. 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 Gut. Einmal gestorben, ja. Warum wohl? Warum? Ich weiß nicht, sollen wir dann den Part hier kurz unterbrechen, dass ich die Sachen verschieben kann? Ja, klar. Ist ja nach dem Kapitel. Wissen wir ja, ne? Genau. Alles klar, dann mach ich hier kurz einen Cut und für euch geht die Folge dann danach noch weiter. Bis gleich. Tschüss. So. Und da sind wir in dem Part auch wieder zurück. Ich hab jetzt die Festplatte geleert und das können wir weitermachen. Hat das dann genug gedacht? Stimmt. Das weiß doch keiner. Für euch war das jetzt ein Sekundenbruchteil, wir haben eine Stunde gewartet, aber hey. Es war sogar mehr als eine Stunde. Stimmt. Ja, egal. Nein. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir weiterkommen. So. Ich glaub, das zu machen war hier nichts mehr, ne? Nee. So. Und ich bin erstaunt, dass die Verbindung gehalten hat, aber hey. Frag mich, warum die da am Anfang abgebrochen ist, aber gut. Naja. War ja Gott sei Dank nicht so tragisch da. Was machen wir denn jetzt? Okay. Okay. Ja, das wollte ich auch grad fragen. Ich hab schon vergessen wie das Spiel funktioniert. Ja, keine Ahnung, wer nimmt die? Ach, nehm du. Was ist das denn? Pistolen Muni. Achso, Pistolen Muni. Achso, Pistolen Muni. Cool. Was ist das denn für Munition? Gewehr Munition. Mhm. Und noch mehr Pistolen Munition. Hast du denn noch? Also meine Waffe ist zumindest voll. Pistolen Muni. Dann schnapp ich mir die. Wie kam jetzt der Trigger zustande? Keiner von uns ist weiter gegangen. Ja, das... Oh. Oh. Ah. Shit. Ach ja, da war ja noch was. Ja. Groko, hi. Hey. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Dann nade ich nochmal alles durch. Ach stimmt, da kommt ja gleich noch eine schöne Seilbahnsequenz. Mhm. Also es ist schön, dass man das immer so halb alles noch im Kopf hat. Ja. Auch wenn man es nur gesehen hat. Äh. Achso. Ja, die kommen jetzt von da drüben da hier rüber. Eigentlich schon, ja. Echt? Ach, da ist schon einer. Bam. Da ist der schon. Wow. Mit einem Stuch schon. Ich würde die Magnum jetzt nicht schwingend dafür verschwinden. Ja. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich... Danke für den Tipp. Ach, nicht schon wieder hier. Na. Na. Ey. Genau in dem Moment geht der zur Seite. Mann. Ah, irgendeiner rückt. Ich drüben da mit was Explosiven. Natürlich. Da drüben ist einer mit... Na genau. Wow, liegt ja einiges rum. Na. Ist der tot? Ja. Sehr schön. Ich frag mich immer noch, warum der nicht nachladen kann, während er sich weiter bewegt, aber... Hm. Oh, da ist noch einer. Windgranate. Kein Platz. Was? Wo ist eine Blendgranate? Da unten? Ja. Ich guck mal, ob ich noch Platz hab. Ja, ich hab noch Platz. Die können wir mit Sicherheit gebrauchen. Wenn die da schon auftaucht, dann kommen gleich wieder 50.000, wo wir die gebrauchen können. Ach, der ist baden gegangen. Ja. Okay. Oh, Gewehrmonie. Schön. Toll. Jetzt hab ich keinen Platz dafür. Oh. Ähm. Hm. Moment. Dann machen wir das mal gerade so. Einmal. Genau. Da ist eh nur noch ein Schuss. Mhm. Und dann nehmen wir die. So. Ich hör die ganze Zeit auf dem rechten Ohr schon das Krokodil. Oder den Alligator. Ich will nicht. Hm. Nett. Hui. So. Oh. Hinter uns schon. Aber schnell. Oh. Na. Lass mich los. Na. Flieg doch nicht weg, wenn ich auf dich schießen will. Du blödes Vieh. Oh. Hey. Wo bist du? Da. Geht doch. Ach nein. Nö. So schon gar nicht. Come on. Okay. Hier muss einer kurbeln. Wahrscheinlich. Wenn ich hier drehe müsste sich das Floß bewegen. Ich warte bis Chris draufsteht. Ach du Scheiße. Ich muss dann kurbeln. Echt? Denk ich mal. Ich weiß nicht was passiert wenn du da untersuchst. Ich glaube ich kann das Floß mit der Kurbel bewegen. Ich warte bis Trevor auf dem Floß steht. Ja. Wer will denn? Nö. Soll ich auf das Floß gehen? Wo ist das Floß denn? Ähm. Da hinten. Äh. Okay. Musst du wahrscheinlich dann da rüber. Ja genau. Oh. Okay. Na gut. Oh Gott. Oh weh. So. Kontrollpunkt. Danke. Danke für den Kontrollpunkt. Ja jetzt gleich kommt der Alligator. Ich weiß das. Ja. Hilfe. Wie war das denn noch? Du musst ausweichen. Im richtigen Moment. Ja. Hat's funktioniert. Ihr Partner ist tot. Ja. Sehr gut. Ich hab eigentlich nichts zu verwalten glaubt. Ich hab eigentlich A und D gedrückt. Ich hab A und D gedrückt. Versteh das gar nicht. Also A und D ist es. Vielleicht muss ich es gleichzeitig drücken. Weil vorhin in den Sequenzen war das immer nacheinander. Ich glaub gleichzeitig ja. Ja. Gleichzeitig. Okay. Dann krieg ich es hin glaube ich. Außer ich muss jetzt gleich spontan was anderes drücken. Ich hoffe mal nicht. Na ja das sieht gut aus. Bislang klappt das. So. Und? Na kommt nochmal oder? Hahaha. Boah ist der groß. Ja. Ja ja. Wow. Das war knapp. Und ich glaub einmal kommt der noch. Hoffentlich nicht. Okay. Bin oben. Oh. Ach. Meine Hand. Okay. So. Ich hab mal gegen den Schalter getreten. Mhm. Und da kann ich dir glaube ich hier noch ein Türchen aufmachen. Oder ist das allgemein wahrscheinlich? Ne. Ich denke du kannst es aufmachen. Ja ja. Ja ja. So. Sehr schön. War da noch irgendwas? Ja ja. Nö. Also nicht, dass ich was gesehen hätte. Das sieht ja sehr verdächtig aus hier. Naja. Na das heißt nichts. Ja. Das sieht verdächtig aus. Dieses Ding hier. Dieses rote. Ah naja. Das ist der Schalter gewesen. Da hab ich eben gegen getreten. Ah ok. Okay. Also tatsächlich hat er da gegen getreten. Ich weiß zwar nicht warum er den nicht einfach so gedrückt hat, aber... Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hinten irgendwo hin. Nee da in die Mitte. Was? Achso. Das war ja hier der Flohs Anlegeplatz. Ja 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 ja. Ich wollte schon sagen. Nicht schon wieder. Ne. Warum hat es meine Hand nicht mitgemacht? Ist das so extrem auf dem Gamepad? Ja. Das kurbeln auf der Tastatur sind zwei Tasten im Wechseldrücken. Fertig. Ja ist so. Das nächste Mal kurbeln weiß ich Bescheid. Dann geh ich aufs Floß. Ja. Es ist dunkel. Aber wobei geht. Es sah gerade dunkler aus als es ist. Mhm. Mhm. Oh, er ist hier. Mhm. Ah ja. Tja. War das nur gerade bei mir so, dass unten was abgeschnitten war von dem Text oder? Ich glaube das war bei mir auch. Das sah recht komisch aus. Da liegt ein Dokument oder? Ach jetzt muss man aufpassen im Gras vor den Schlangen. Mhm. Hier liegt ein Dokument. Oh ja. Typ 3 Plagers Feldversuch. Ja. Wer das lesen will, drückt die Pause-Taste jeweils. Ich muss da mal wieder da durch. Okay hier liegt ein Erste-Hilfe-Spray. Ich habe aber schon zwei. Ich bin auch voll. Dauerzustand. Ja. Gewehrmonie. Ja. Uah. Gewehrmonie? Ja hier da. Ja und ich habe, da vorne ist ein Klingen. Ja genau. Das habe ich auch gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Hm. Was ist hier? Achso Erste-Hilfe-Spray. Boah das sieht aber groß aus. Dafür, dass das im Inventar immer so klein aussieht. Hm. Da ist nix. Okay. 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 Das ist ne Schlange. Hm. Was denn? Was war denn? Nichts. Nur überlegt, wo wir lang müssen. Aber hier lang. Achso. Ich hoffe wir triggern jetzt nicht unbedingt was Großes. Dann können wir nämlich jetzt gleich den Part auch zumachen. Ja wenn man da durch die Tür gehen kommt. Da sind auch Schlangen hier. Ja 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 ja. Aber die tun nix. Die wollen nur spielen. Ja komm so ne Schlange ist doch schön. Ja dann beende da. Dann da drin geht's ab. Okay alles klar. Gut. Dann würde ich sagen wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ja und dann bis zum nächsten Mal. So. Bis dahin. Tschüss.